Willkommen zurück hier bei Let's Play Assassin's Creed 1. In der letzten Folge sind wir hier in... Ups. Sind wir hier in... Jerusalem, I guess, angekommen. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, was uns hier erwartet, beziehungsweise was wir hier tun sollen. Aber ich denke, es ist Zeit, das herauszufinden. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, das Pferd müssen wir wieder vor der Stadt lassen, oder? Ja, kannst du bitte? Dankeschön. Muss ich wieder auf geistlicher machen, um an den vorbeizukommen? Wollt ihr etwas? Was wollt ihr? Ähm, ich nehme mal an, ich soll in die... Ich dachte, ich soll in die Stadt rein. Oh, die schubsen hier einen Geistlichen durch die Gegend. Oh shit, ich muss mich auch daran erstmal wieder richtig hart gewöhnen. Dass ich immer schauen muss. Also, ich habe jetzt schon wieder ein paar Tage nicht aufgenommen. Und zu schauen, wie man kontert, ist auch schon wieder so eine Sache. Äh, ja, an die muss ich mich auch erstmal wieder gewöhnen. Puh, schwierig. Ähm... Ja, ich weiß das alles noch. Ich verstehe nicht so ganz, wieso die immer so alles kurz so abdingsen. Moment, ich muss einmal kurz hier die Waffen anschauen. Okay, das ist die versteckte Klinge. Okay. Ähm, ich verstehe gerade nicht so ganz. Ich schaue mal kurz auf die Map. So, ähm... Nee. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe selber gerade noch nicht so ganz, was geht, ehrlich gesagt. Muss ich hier runter? Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern... Ah, nee, ich muss wahrscheinlich... Ja, doch, ich kam ja von da, stimmt. Boah, ich sag euch, das ist manchmal so verwirrend. Aber ich arbeite daran, das noch zu verstehen. Da war auf jeden Fall schon mal wieder so eine Gerechtigkeitsaufgabe. Ähm... Okay. Ich denke erstmal, allein in die Stadt reinzukommen, wird schon problematisch. Ja, ich hab's gesehen, danke. Vielleicht muss ich echt irgendwie den Typen retten, damit der uns dann irgendwie reinbringt oder so. Ansonsten müssen wir uns einen noch anderen Weg suchen. Eventuell müssen wir auch klettern. Komm zum Wagenlauf. Hört auf, bitte. Ihr tut mir weh. Komm, 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 komm. Au. Au. Aha. So. 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 Hallo. Hallo. Okay, wir haben einen Bürger gerettet. Moment, 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 Moment. Bleibt stehen, ihr Christlichen. In der Gruppe kommen wir, glaube ich, einfacher rein, oder? Ja. Easy. Finde ich gut. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welches Agent schützt euch vor einer ungewissen Zukunft? Schützt eure Liebe. Schützt eure Liebe. Ihr werdet belohnt werden. Ich denke mal, ich muss mich erst mal wieder... Ich denke mal, ich muss mich erst mal wieder... Jeder Mann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. Äh, jetzt werden wir hier allerdings auch noch so gedingst, äh, angebettelt meine ich. Puh, okay. Ups, was war das? What the hell? So. Das war lustig. Ist das nicht wieder die von ihm? Sie verfolgt mich. Hilfe. Verfolgt sie mich immer noch? Nein, sie ist wieder zurückgegangen. Okay. Ähm. Ich gehe an sich mal stark davon aus... Komm ich hier irgendwie hoch? Ja, ich gehe mal davon aus, wir müssen hier jetzt wieder so ein bisschen... Okay, wir haben jetzt hier schon mal zwei Missionen bekommen. Ich dachte gerade, ich muss eventuell wieder ein paar Bürgermissionen machen. Einfach um halt, ja halt, um hier wieder so ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Aber jetzt habe ich auf einmal mehrere Dingens bekommen. äh, mehrere Missionen. Beziehungsweise, wir haben wieder ein Büro, I guess. Und... Und noch irgendeine andere Mission. Ich glaube, wir sollen da wieder was klauen. Meine Lieblingsbeschäftigung in dem Spiel. Hm. Das mit den Aussichtspunkten feiere ich allerdings schon ein bisschen. Gut, schauen wir einfach mal. Was gibt's hier zu sehen? Wir haben einmal hier eine Befragung und hier einmal das Büro. Ich würde erstmal zu der Befragung gehen. Ähm. Das ist eine gute Frage, die werde ich, äh, wahrscheinlich niemals beantworten. So, aber ich finde allgemein, die Stadt es sieht einfach so... Also die wirkt einfach so komplett anders. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödie? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten! Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal, gibt euch sein Wort! Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten! Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden! Talal, gibt euch sein Wort! Okay, soll ich den jetzt verfolgen? Hm. Man, ich habe keine Ahnung, wie man sich prügelt. Als ob ich das wüsste. Ich habe nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet ein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise? Wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. Wie die das auch einfach so nicht juckt. Okay, er hält irgendeinen Sklaven irgendwo fest. Okay, ich denke mal, jetzt müssen wir als nächstes sowieso erstmal ins Büro gehen. Puh. Irgendwie fühle ich mich hier jetzt so ein bisschen so voll wie irgendein Detective. Ach, die Alte nervt mich richtig. Die Alte geht mir richtig auf die Nerven. Lass die Frau in Ruhe. Oh. Das war dieses Konterding. So. Stirb. 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 So. Oh. Oh, da ist noch einer. Oh, die Trash-Queens sind auch wieder hier. So, das ist ja echt weird. Ups. Mann, wie die immer so euch sagen, als wären wir so mehrere Personen, aber das, also das war ja damals tatsächlich so, also das war damals so viel, ich weiß auch so richtig, also man hat damals so gesprochen, ob man es glaubt oder nicht. Ach doch, den gibt es immer. So, das hier müsste wieder, äh, das hier müsste wieder der Laden sein. Wo mal wieder die Tür verschwinden wird. Wolltet euch mal, League. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass ein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden bei der Moschee in diesem Viertel. Und im Osten vor der St. Anna-Kirche, in der Nähe des Bab-Ari-Hartores. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Das war aber nett. Bietet der uns jetzt wieder an, ihr dürft hier bleiben und euch ausruhen? Nee, anscheinend dieses Mal nicht. Wir haben anscheinend bei ihm verschissen. Immerhin haben wir die Tür. Das hilft mir schon um einiges weiter. Denn die war beim letzten Mal nicht vorhanden. So. Dann würde ich als erstes hier erstmal wieder diesen Turm mitnehmen. Die sehen aber auch irgendwie alle fast gleich aus. Da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen enttäuscht. Und da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Okay, jetzt haben wir hier wieder eine neue Mission. Taschendiebstahl, ja super, das kann ich ja so gut. Da haben wir einen neuen Aussichtspunkt. Und den ganzen Teil von der Stadt und den Teil von der Stadt haben wir jetzt noch nicht. Und den Teil hier auch nicht. Also erst einen ganz, ganz kleinen Teil tatsächlich. Gut, dann würde ich jetzt erstmal zum Taschendiebstahl gehen. Weil ich das ja so gut kann. Hier müsste das irgendwo sein. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt dir vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager. Jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. So weit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Was ist euer Beginn? Gar nichts. Ich glaube, mein Taschengiebstahl ist viel geschlagen. Ich sage euch ja, ich kann das nur ganz, ganz schlecht. Wem bin ich hier jetzt gefangen? Tschüss. Tschüss. Oh Jesus, was habe ich schon wieder angestellt? Mann, das ist einfach so nervig. Ich kann dieses Klauzeug halt wirklich so überhaupt nicht. Mann. Nein, du solltest... Mann. Ja gut, das ja das. Ich wollte eigentlich nach links rüber, also auf das Haus. Das ist halt jedes Mal übel, der Schrott. Benutzen Sie die Actionsicht, um Informationen über Ihnen zu finden. Ja, danke für die Info. Bringt mir jetzt auch recht wenig. Ja, ich gehe jetzt nochmal zu dem Taschendiebstahl. Überlebt er das? Nein. Ich wurde aber auch an einem Punkt gespawnt, wo ich nicht unbedingt sein wollte. Ja, danke auch. So, lass dich hier mal runter. Perfekt. Mit ein paar Bugs geht alles. Das Dumme ist halt, man muss sich diese dumme Katze jetzt jedes Mal wiedergeben, weil man die halt nicht überspringen kann. Das ist halt irgendwie so dumm gemacht. Kann man das echt nicht überspringen? Nee, irgendwie nicht. Das liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber beim letzten Mal hat das doch irgendwie kurz geskippt, oder? Ach, ich verstehe es nicht. Ja, das ist schön. Ihr habt also einen fetzen Pergament. Ja. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. So weit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Für wahr, das werdet ihr brauchen. Ach, nö. Ich hab's schon wieder verkackt. Wieso jedes Mal? Ich meine, es hätte doch eigentlich voll gut funktioniert. Ich verstehe nicht, warum es dann in solchen Momenten nicht funktioniert. Und wieso ich hier in dem Moment nicht rauskomme, checke ich irgendwie auch nicht direkt. Vielleicht irgendwie, weil ich gestorben bin, hat's beim letzten Mal nicht irgendwie übersprungen. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt wird's eh reinitialisiert. Wow. Vielleicht passiert das dann nur, wenn man halt nicht stirbt. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Hallo. Okay, jetzt geht er weg. Ja, und dieses Mal hat's auf einmal funktioniert. Wie merkwürdig. Oh, oh, irgendjemand will uns wieder killen. Ich weiß nicht, was ich jetzt schon wieder gemacht habe. Aber ich würde sagen, an der Stelle beende ich einfach mal die Folge. Über eine Bewertung im Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir einfach mal, wie, ja, was uns diese Karte jetzt bringt und was es im Büro gibt. Ich bin immer noch sehr verwirrt, aber ich glaube, so langsam, langsam kommt man da rein. Und das Spiel ist allgemein, es ist halt auch der erste Teil so, aber es ist allgemein noch alles sehr chaotisch. Ich denke aber, das gibt sich mit der Zeit, weil ich auch schon spätere Teile wenigstens mal angespielt habe. Und da war einiges besser, aber die Spiele waren auch irgendwie anders. Aber ja, wir werden das alles bestimmt noch sehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.